Hallo, mein Name ist Christoph Maria Herbst. Ich hoffe sehr, dass ich der Erste bin. Ein paar Duftnoten schon mal versprühen. Bin ja rüde. Hallo! Ja, Hallöchen! Holy shit! Den gibt's auch noch. Nein! Der hat mich gleich mit seinem Strahlen begrüßt. Und dann hatte ich den Eindruck, wir sind wie so ein altes Ehepaar, das jetzt darauf wartet, dass die Freunde zum Käsefandue kommen. Das sind Comedy-Treppen, die sind zum Stolpern da. Wir werden danach eine ganz besondere Beziehung haben, alle zueinander. Okay. Weil es so sein wird, als hätten wir einen schlimmen Unfall zusammen erlebt. Weißt du, als wären wir alle zusammen auf der Titanic gewesen. Okay. Okay.